So, meine lieben Freunde des Baseboards, da sind wir wieder bei Road to the Show. Wir haben das zweite Spiel hinter uns. Jetzt kommt das dritte und letzte Spiel der Vorentscheidung zu dem Draft. Und, ja, mal gucken würde ich sagen. Das letzte Spiel war ja, naja, nicht so toll. Wir haben ja verloren, ich glaube 5-0 oder so. Deswegen, ja, müssen wir da mal ein bisschen mehr reißen. Aber ich kann ja nicht meinen eigenen Spieler steuern. Mehr kann ich ja nicht. Und, ich finde das so geil, dass du halt hier auch diesen Hall-Effekt mit drin hast. Das ist so cool. Ich liebe das. Ich liebe das ja bei so einem Spiel. Das fehlt ja FIFA so ein bisschen. Deshalb finde ich das ja so cool. Ah, der wäre aber auch, denke ich mal, gefangen gewesen, weil der eben so lange der Luft war. Ein Ball darf eben nicht so lange der Luft sein. Und wenn, dann muss er direkt zum Home Run übergehen. Sonst wird der eh gefangen. Der könnte gut geworden sein. Hätte vielleicht. Wissens nicht. Ja, der war jetzt wirklich voll kacke. Aber, nun gut. Jetzt, gegen, wer hat ein Central, wer hat ein West. Uh, jetzt kommt International. Also jetzt kommt, jetzt kommt halt der Rest der Welt sozusagen. International, also alle Neuankömmlinge, auch vom Rest der Welt. Also alles außer West, Ost und Mittelamerika, äh USA. Und, äh, ja, mal sehen. Also, bestimmt nicht einfach werden. Und wir uns nicht vorstellen. So, das sind die zwei Pitcher. Einmal von International und einmal von Ost. Ich bin mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Und, so, wir sind im ersten Inning. Die zweite Base ist besetzt. Gut. Legen wir los. So, soll er mal loslegen. Die Lachse, was hält das Ding? Oh, ich war noch mal bei der Rüber, so, zack. Gut, nächste. William Epperson, zweites Inning. Erste Base belegt, das heißt, wenn ich Glück habe, kann ich den direkt zur zweiten Base rüberhauen. Und den dann damit ärgern. Und nur vielleicht. Na, mal gucken. Hau rein. Aber ich konnte dafür. So. Aus ist aus, ne, egal wie. Wir sind dran. So, dann. Okay, der wird wohl einen Fastball machen. Höchstwahrscheinlich. Wie es aussieht, also X. Der wird einen fetten Fastball machen, also spricht straight geradezu. First Offering on the way. Oh, fuck. Kacke. Der wäre so gut geworden, sonst. Aber dem ist leider nicht. Hui, der kommt so gut. Der kommt richtig gut, meine Freunde. Und es sieht, wie er extra Bases hat, um den dritten. Nee, 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 diesmal nicht. Geil. Haben wir uns zwei Bases gesichert. Das war doch richtig gut, Alter. Und da läuft der. Und läuft. Geile Scheiße, Alter. Richtig geile Scheiße. Okay, erster Ball. Ich werde nochmal kurz hier umstellen. Das ist nicht so toll, was ich da gemacht habe. Result Play. Ja, 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 es ist nicht unerwartet either. Ähm. Ähm. Usually means you're being selective and you're not putting yourself out. Und wenn das passiert, I don't know you're doing this kind of counts. Ach, hier habe ich, ach, Game Watch. Das ist ein Game Watch. Das ist ein Game. Okay, ich muss jetzt kurz mal gucken. Every Pitch and Defense Result Play only the Final Pitch. Classic only Plays and Bulls you. Ah. All Fielding. So. Und das hier ist halt, ja, okay. Okay. Pitcher, Zoom. Nee, das will ich nicht. Ich will normal Pitcher, genau. Äh, ich glaube, das war's. Ich hoffe, das war alles richtig. Alter, dritter Ball schon. Jetzt noch ein Ball macht, dann nicht eine Base weiter. Oh, du Arsch. Alter. Erster Strike. So. Ich kann nicht. Oh ja. Nee, ich kann keine B-Jesse weiter. Warum, fragt ihr euch jetzt? Aus einem ganz einfachen Grund. Weil, die Base ist zwar belegt mit mir, aber die hier ja nicht. Wenn die belegt wäre, dann hätte ich einen weiter gekonnt. Aber das war halt nicht der Fall. Oh, guck mal, wo der hingerotzt hat. Das war jedenfalls daneben. So, und deshalb durfte er... Er hier durfte halt jetzt eine Base weiter. Also, sprich, zur ersten. Und ich muss halt hier stehen bleiben. Wenn wir jetzt nochmal vier Bälle haben, dann darf ich erst weiter. Ja. Gut. Das ist gerade so spannend, aber das glaubt ihm ja gar nicht. Okay, jetzt haben wir 1-1. Also, ein Ball und ein Strike. Zwei Balls, ein Strike. Alter, macht kein Scheiß. Jawohl! Ach, will er schnell nehmen. Ich habe irgendwie Mist gebaut, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Klepp mich mal auf. Ich weiß es gerade immer nicht. Da muss ich... Ach, jetzt kann ich nicht gucken. Ach, toll, jetzt zeigen Sie mir eine Düde. Das ist ja mal doof. Das ist jetzt kacke. Ähm... Ach so, ich kann ja auch so. Hä? Ach so, das ist ja das. Ach so, bumm. Das ist ja nur die Einstellung. Doof. Das ist ja echt kacke. das ist immer noch nicht so perfekt all fielding all pitches result play müsste es dann vielleicht so sein ich habe keine ahnung ich habe vorgemacht du hast nachgemacht ja ich glaube so ist glaube ich jetzt richtig so geschafft hier steht alle perfekt mehr oder weniger mach doch nicht so ein scheiß hier wieder vier bälle jetzt haben wir natürlich so ein vogel stehen wir werden auf jeden fall irgendwann mal unsere positionen ändern ja wir bleiben hier nicht ewigkeiten auf der ersten base hier wir werden natürlich von base zu base wandern und dann später auch ins outfield uns mal rein schnuppern und mal gucken wo wir am besten zurecht kommen hier wird einer eingewechselt pittscher visut play war auch falsch ach er übte also visut play ist auch falsch visut fielding vielleicht vielleicht so kann ich überspringen ich bin dran hier jetzt zeige ich mal wo der frosche locken hat wir führen nicht aber wir haben einen punkt rückstand nur das heißt das könnten wir sogar aufholen ein bisschen zu hoch und ins aus das ist natürlich mal so richtig gepflegte kacke ok ach du sau er hat nur gemacht das ist natürlich dann richtig scheiße für uns das ist doch cool mit der musik alter 3 ich wollte jetzt aber sehen das wollte ich jetzt sehen das ist ja doof ach komm wir lassen mich so und play und lecker komm das ist jetzt das ist ach immer dieses rumgestelle hier muss euch ja auch nerven ne hör mal auf mit dem kack hier genau ich will das sehen ich will das sehen das doof ist wenn man da mal eine gescheite kamera hätte weißt du und nicht diese kack kamera da hier ist ja ok ja wo man sich selber steuert halt aber wenn du auf der bank sitzt ist das echt doof dass sie da nicht die die broadcasting kamera genommen haben oder das wenigstens einstellen kannst oder kann man das wisst ihr das so ich bin da gerade echt so am grübel weil du kannst so viel einstellen bei nlb du kannst das sowas von individualisieren das ist so übelst und du musst dann wirklich sehr gut englisch kennen weil das das ist schon sehr komplex alles ich geh mal hier ich bin so cool wie der musik im Hintergrund und das ist minor league noch hier ne ist das minor league ich glaube ich glaube das zählt noch das zählt schon zum minor league lass mich jetzt liegen obwohl ich wollte ja noch nicht geht ich bin so gut doch bitte schön aber es gehört carlos campers Der hat aber auch schon zwei Outs, zwei Strikes und ein Ball, so der macht einen Fastball, den fängt er wohl aus der Luft, der ist aus 6 zu 3, Brian Endo wird der neue Pitcher sein, Nummer 18, Roger Rivera wird in die Kamera umstellen, das ist doch doof Der wechselt halt auch die Kamera, das ist das, also der wechselt, ich kann jetzt nicht hier so bleiben, du musst den Stick dann so lassen, ich loslass Der ist auch aus, ja ich lass das mal so, ich denk mal das ist ganz ok so Das heißt, der zeigt mir nur Züge, die auch relevant sind Wow, das sieht ja nach Home One aus Ne, ok, der ist auch aus Die wird eingewechselt Oder aus Ein, ja Tut jetzt mal seine Hand mit, mit, was ist das, Mehl, bemehlen, bemehlen, das hört sich auch an So, ich bin mal wieder hier Geht zur Base, schmeiß er das Ding, ach ne, das wird nicht mehr Der ist schon an der Base, das ist natürlich jetzt richtig scheiße, das heißt, der hat jetzt ein RBI So, rasieren könntest du dich auch mal Kollege, hm Machen wir na gut Vielleicht sah es auch nur aus Ach, schon wieder ein Ball, ey, ich wollte mich da echt verkackeiern, Leute Was für ein Kackpitcher, ey, soll ich mal werfen? Ne, lass mal die, wo Und ich habe letztes Mal gesagt, die Bälle kommen mit 70 bis 90 kmh angeflogen, das ist nicht ganz richtig Es sind 70 bis 90 Meilen Also MPH, das heißt, das sind so, pfff Lass mich mal rechnen Bei 70 Meilen Sind das 140 kmh, glaube ich Und bei 90 Meilen Haben wir 150 Ja, 90 Meilen sind 150 kmh Und 70 Meilen sind 130 kmh, genau Ja Das nur so Ach, du scheiße Oh Scheiße 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 Alter Weil Ich will das ja auch sehen Ich will das ja so BAN Alter, wie der Guckt ihr das machen hier Oder kommt er? Er hat ihn zwar erwischt Das bringt ihn aber gar nichts Warum? Naja, er hat die Base noch nicht berührt, ne? Also, er hier, ne? Der muss ja die Base auch noch berühren So, er rutscht durch, ne? So, boop, plate angefasst Plate berührt, dementsprechend Punkt Ja Kacke Aber na gut Was soll's Hier kommt ein 2-2 On the ground towards 2nd Perde scheiß dich Jawoll Woll Haben wir 2 rausgehauen Ok Na dann mal los Hau drauf das Ding Hau drauf das Ding Am besten an den Kopf Oh Scheiße Woll So Aus Wieder einer eingewechselt Ja, es ist halt so Bei Baseball wird meistens alle 2 Innings kann man sagen wird einer eingewechselt Also Pitcher Allen Nicholson Will stand in 0 für 2 Das war Das ist klar Mal gucken Mal gucken Now the 3-0 Pitch Tough pitch To lay off But he did And it's ball Ah Ball vor Das ist klar Deswegen hab ich mich gerade gewundert, hey 1 für 2 He grounded out the first time And followed that with a base hit And his second plate appearance And he will take ball four Schon wieder ein ball four Was macht denn der? Ist mir eigentlich auch egal Aber kann man das? Game watch Äh Kann man das ändern? Ne Das ist doof Das hätten wir noch machen können Dass man da Sagen kann Okay Gucken das nach hier Nach Broadcast Aber Nein Doof Das ist echt doof Na komm, hau rein Uuuuuh Ah, der wird gefangen Scheiße Sanchez Is over to his left As he snags this one For the first out of the inning The tag And he is out at third base It's a double play Kacke Alex Batista Will dig in He doubled Homer Run Last time around Alles klar Hau mal rein Wir sind erst im sechsten inning, Leute Wir haben noch drei Innings vor uns Was Das heißt Geht noch so Pi mal Daumen Fünf Minuten Denke ich mal Uuuuuh Ah Wirf Golden Gafi Back Lul 2,3,4 Do up in the home half of the 6th The international prospects are on top here 8 to 3 Jose Trejo will stand in Okay, jetzt mal wieder auf dem Feld Och nein, ey Leute Schon wieder ein Ball, ey, das gibt's doch jetzt nicht Hedeki Matsui In Wirklichkeit ist es aber auch so, dass es sehr sehr oft daneben geschmissen wird Aus, ähm Ja, das ist so eine gewisse Taktik, sag ich mal Die sorgen halt dafür Dass Einmal eins, zwei auf den Bases sind Und dann Tricksen sie halt aus Dass sie dreimal striken Oder sie sorgen dafür, dass der den Ball so erwischt, dass der auf jeden Fall aus der Luft gefangen wird Und Ja, dann wäre halt aus, ne Oder so Sag ich mal, dass er ihn so richtig kacke erwischt Dass der auf dem Boden langswischt und einer von denen erwischt den halt, also von meinen Ähm Und können dann dementsprechend alle ausstriken, wenn wir uns richtig anstellen Das wäre dann ein Triple Ja Also So wie der, aber den hat er natürlich nicht erwischt Okay, einer steht auf der Base, die Alla so Hümmel im Arsch, oder was? Alla bleibt doch mal gescheit still Für die Mann Übelst Aber das Stadion hier, kann man das Stadion nennen? Keine Ahnung Keine Ahnung Das ist schon ordentlich gefüllt Muss man sagen Wie lange keiner durch Wände läuft, ist alles noch in Ordnung, ne Was die ja sehr oft mal machen Oh, guck mal, da läuft einer Pluppt durch die Wand Es sind ja diese Trennwände, das ist halt, ja Ich denke mal, irgendwie mussten sie es halt machen, wenn man ja nicht drauf achte, ob da einer durch Wände läuft Aber was ich halt ein bisschen schade finde, ist halt hier oben das Oben das Geländer, da siehst du nie eine Sau Du siehst mal welche runterlaufen, hier die Treppe runter Aber du siehst da oben kein Schwanz Nicht einen Das ist, ja, komisch, aber na gut Das nun mal dazu Der wird gefangen Der wird gefangen Zack Anstellen Ich hab den mit Absicht jetzt da hingeschmissen, dass Falls der, der an der dritten Base war zur Homeplate latscht Was wahrscheinlich auch passiert ist, ich nur nicht mitgekriegt hab Ach guck mal, 8 zu 3 Leute Boah, alter Das geht mal gar nicht Jawoll Hier wird von uns einer eingewechselt als Pitcher Ja, er trainiert genau für uns Oder? Ne, ich trainiere, wie looool, wie geil ist das denn jetzt gerade Weil ich als nächstes wahrscheinlich dran bin, deshalb stehe ich jetzt hier und Mach Probeschwingen Siehste, jetzt bin ich nämlich Wie geil ist das denn, Alter Ich bin jetzt hier und was könnte eine reale Make-or-Break-Situation sein Und du denkst, dass du etwas aus dem Fall Schüpptes innen Je mehr du in den Ball kommst, dann wird das schwerer sein Das wird ein Klaue zurück von diesem Dämpfekt Ja, das war ein Ball Hier wird ein Klaue nach Ball 1 1-0 Ja, das war ein Ball Das habe ich aber rechtzeitig gesehen, dass der nach unten geht Eigentlich wäre das gar kein Ball gewesen Aber der hinter mir, der Vogel Also der, 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 der Firi Der hat gesagt, das ist ein Ball Scheiße Kacke Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weiter geht hier. Oh, der geht ziemlich flach. Ja, der ist aus. Ja, Inning ist zu Ende. So, nächste Pitcher wird eingewechselt bzw. ausgewechselt, je nachdem, wie man es sieht. Wollen wir mal gucken. Oh, oh. Ha. Erstes Strikeout. Gut. Weiter geht's, weiter geht's. Wir wollen hier was erreichen hier. So. Na, schmeiß, schmeiß. Oh, kackelnd, war zu spät. Der war definitiv zu spät. Den hat er viel zu hoch geschmissen. Moment für die Kamera. So. Wenn er den so erwischt. Dass der direkt gerade fliegt. Natürlich nicht mit voller Wucht. Ja, zack. Und er ist so blöd. Und springt dabei noch, dass der... Guck mal, das braucht doch alles Energie, Leute. Also nicht nur Energie, sondern... Das verbraucht auch Zeit, wenn du... Statt zu springen, guck mal, du musst extra springen. Ja. Und dann halt werfen. So dementsprechend, weil der Ball so hoch ist. Hat er natürlich einen viel längeren Weg zu mir. Und ja. Er ist dann durch, ne? Du froh, Alter. Alter. Hat er natürlich war, du, wenn ich Trainer wäre. So. Ach, wie dunkel das schon ist, Leute. So. Okay. Im Moment. Ach, scheiße, Alter. Guck mal, er springt. Und er ist schon auf dem halben Weg. Er ist schon halb durch. Und da ist er durch. Und... Pfff. Das ist ja echt Arschlos gewesen, Kollege, was du da gemacht hast. Also... Ne. Das war echt Arschlos. Ne. So. Nächster Zug. Immer noch aus dem Teeing, Alter. Lol. Das zieht sich ganz schön hin, Leute, hier. Okay. Okay. Na dann. Hau rein. Wir wollen was sehen. Grounded softly to the left side. Hm. Oh. So. The leadoff man is set down to open up ending number eight. Der drinnen? Ne, der war rot. Scheiße. Er trainiert, weil er als nächstes zurück ist. Ach. Das kann er vergessen. Der war auch aus. Das ist noch vorletztes inning, Leute. Wie das aussieht, verlieren wir hier Haus hoch. Also das können wir wohl voll knicken. Was mache ich denn nochmal hier auf den Scheiß? Ich drücke mal R2 mit R2. Dann macht man halt einen Dive. Also so einen Jump. Und mit R1 springt man halt einfach gerade hoch. Also wenn ich hier R1 drücke, dann mache ich halt so ein Nasu. Und im Spiel, also wenn der Ball unterwegs ist, dann springe ich halt gerade hoch. So. Das nun mal so, dass er mit der Phase ist. Warum ich das drücke? Ich habe keine Ahnung. Jawoll. Inning over. Es geht doch. Es geht doch. Da wurde einer eingewechselt im Left Field. Michael Tripp. Wir sind jetzt im neunten Inning. Das heißt, es ist das letzte Inning jetzt. Er ist als nächstes dran. Okay. Batista ist als nächstes. Na gut. Wir hoffen, dass das was gibt. Okay, wieder ein Ball. Ey, ich hoffe, dass wir wenigstens noch einen Punkt haben. Kriegen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht. Jetzt ist ein Double Play Ball hier, als das ist auf der Grund zur 3. Oh, scheiße. Ja, da haben wir verloren, meine lieben Freunde. Leider, leider, leider. Und jetzt ist der Kapper eine gute Wunsch für diese Leute. Und sie schwulen uns jetzt an. Ach, kacke. Aber ich finde die Präsentation halt so geil. Könnte ich mich jedes Mal eigentlich drauf abwachsen. Nein, Quatsch. Ich finde die irgendwie cool. Oh, die feiern jetzt natürlich, ne, so. Oh, geil. Wir haben gewonnen. Yeah. Weil, ja, gut. Weil ich dann, wird natürlich die Chance erhöht, dass die halt gecraftet werden. Äh, gecraftet. Ge-Draftet. Ge-Draftet. Craften ist was anderes. Ach, Mensch. Ist doch doof. Er ist der Top Player des Spiels. Top. Mit Doppel-P. Der Top Player des Spiels. Also halt einer, also immer der beste Spieler so. Es ist halt so ne, so ne, so ne Herausforderung von der MLB selber. Dieses Tops. Und halt bestimmte Sachen im Spiel machst. Wie halt hier. Er hat halt 4 Ones gehabt. 950 Trainingspunkte haben wir bekommen. So, wir haben ein einziges Mal was ordentliches erreicht. Und das war, wo wir, äh, zwei Bases gerannt sind. Das war im vierten Inning. Und danach, ja, nix mehr, ne? Get ready for the biggest swirl. Aber, das machen wir in der nächsten Runde. Im nächsten Part. Und in diesem Sinne, bis morgen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen lang geworden ist. Hat es euch nicht genervt. Ähm, ich versuche das ein bisschen zu verkürzen. Das nächste Mal. Und in diesem Sinne. Tschüss, bis morgen. Und dannейst uns. Icho, bis morgen. Bis morgen. Nach dem Mal. Les Untertitelung des ZDF, 2020